Ich bin der Kaiser. Ich bin der Rauber. Aufgesetzter Kopfschuss. Wie eine Exekution. Das bist doch du auf diesem Foto. Der Junge, mit dem du hier abgebildet bist, ist ermordet worden. Mein Vater rastet aus, wie ich mich jetzt mal wieder verteidigen. Ich habe Angst, Victor. Du musst mir helfen. Und wie stellst du dir das vor? Was machst du dann? Ich bereite mich auf meine Verteidigung vor. Du kannst nicht aus allem ein Spiel machen. Wie kannst du der Polizei noch so etwas erzählen? Wir sind doch zusammen nach Hause gegangen. Habe ich wohl vergessen. Vergessen. Dem angeschuldigten Martin Brinkhoff wird zur Last gelegt, allein handeln, als Jugendliche mit Verantwortungsreife, einen Menschen grausam getötet zu haben. Der erste Prozess gegen ein Kind unter 14 Jahren. Da werden die Medien Kopf stehen. Da könnte für so manche Karriere was rausspringen. Leute wie Sie sind daran schuld, dass diese kleinen Teufel so lange machen konnten, was sie wollen. Diese kleinen Monster gehören ins Zuchthaus. Die sind doch alle gleich. Die sind doch alle gleich. Die sind doch alle. Die sind doch alle. Untertitelung des ZDF, 2020